...fragen, ob er sich der verantwortungsvollen Aufgabe bewusst ist, hier Niki Lauda als Rennleiter zu vertreten. Ich kann eins sagen, nachdem ich viele Jahre hier moderieren darf, einer ist nie hineingegangen früher. Das war der Föhrni, der steht hier draußen, ist halt eigentlich der Engländer, da gibt's kein schlechtes Wetter. Da werden wir mal schauen, ob der Mann aus Heppenheim da mithalten kann oder nicht. Föhrni Ergistun und Niki, der nicht alt dieses Jahr, Sebastian Vettel, Föhrni Ergistun, herzlich willkommen. Das sind die beiden, wir schauen mal, die werden jetzt hier aussteigen und sich beitragen für ihre Aufgabe als Renndirektoren an diesem Wochenende hier.